Willkommen zurück bei Final Fantasy X. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Yuna wurde entführt. Die wollen wir jetzt nicht noch länger warten lassen. Anu? Oh. Sie gibt uns sogar noch den Tipp. Ach so, ich kann mal Sammeln machen. Ach so, okay. Steigert Magie und Zauberabwehr. Die ist jetzt sowieso noch mal dran. Was hat es gesagt? Strom, ne? Also, also, Blitz in dem Fall. Ich hoffe, da geht direkt drauf. Ich habe jetzt mit Absicht den genommen. Jo. Sehr gut. Dann können die anderen beiden nachher den restlichen da erledigen. High Potion. Gut. Sehr gut. Ich bin's. Ach so, glut side. Ich bin's. Und weg mit dir. Ah ok, hat gereicht. Ha, super, ich bin direkt danach nochmal dran gekommen. Zwei High Potions. Zwei High Potions. Super. Oh. Oh. Super. Oh. Oh. Super. 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 Oh, der war gut. Ah, die Mari kann echt gut ausweichen. So, weg mit euch, war es das jetzt endlich. Sechs Stück, gibt eine ganze Menge EP. 42. Jo. Oh, ein Eisring, sechsmal High Potion. Geld haben die aber auch ganz gut dabei. Die Aurochs halten die Schmerzen mit einer sehr guten Defensive, Leute. Oh, er wird das in der Morgen fühlen. Ah, aber der Referee nennt sich nicht die Schmerzen. Wacka hat eine wirkliche Schmerzen gemacht. Huch! Still in there! Er wird nicht verlassen. Wacka ist immer so wie das. Oich! Let's go! Sehr gut, nochmal auffrischen alles. Dann mit klarem Kopf zum nächsten Kampf. Ich gehe mal von außen, da kommt ein ganz Böser. Nö, 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 nö. Let's go. Okay. Echt jetzt? Die springt auch, das will ich sehen. Ah. Oh. Okay. Was ist das denn? Eine Monsterkanone auf drei Beinen? Das ist keine Kanone. Aus wie so ein Schredder. Ich weiß gerade nicht, was es mit dem Kran auf sich hat. Alles klar, braucht Strom. Kriegt er gleich von Lulu. Oh. Blindball. Scheiße. Ist er blind? Fuck, er ist blind. Okay, dann pass mal auf. Jawohl. Der Kran hat sich etwas bewegt. Okay, da fehlt also noch mehr. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch mehr Strom drauf geben muss. Komm schon. So lange der sich nur etwas bewegt, mache ich da gar nichts dran mit Kilos. Da haue ich dann lieber. Jawohl. Ja, ja, ja. Bleib, 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 bleib. Nice. Jetzt. Pass mal auf. Kran. Kran. Genau. Ja. Schmeiß das Ding einfach von Bord. Hahaha. Haha. Ha, wie geil. Okay, er lebt noch. Ah, okay, er hat auch richtig ordentlich Schaden bekommen. Oh. Steht aber immer noch unter Strom. Und das war's. Okay, das war doch schon mal schön souverän. Redex hier und eine Blitzlanze. Ich hoffe, dass du sie verletzt hast. Ein bisschen. Was ist das? Es gab diese Bedeutung, die meine Leben zu retten, als ich zu Spira gekommen bin. Sie mich auf ihre Lande genommen haben. Sie gab mir auch Essen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es das gleiche Lande war. Aber es ist nicht. Ich frage mich, ob sie alle weg sind. Was ist passiert? Sin kam neben uns. Ich habe es gut gemacht, aber ich weiß nicht, was sie zu ihrem Lande passiert. Um... War es jemand von Sid auf dem Lande? Ich weiß nicht. Sie waren alle die Sprache von Albed. Ich verstehe. Also, wer ist Sid? Er ist mein Papa, aber ich habe ihn nicht in Wahrheit gesehen. Ja. Warte. Also, das bedeutet, dass du Albed auch, Yuna? Auf meiner Mutter. Ja. Sid ist meine Mutter. Er wurde entfernt nach meiner Mutter. Aber sie hat mir gesagt, ihn zu holen, wenn ich eine Hilfe brauchte. Du hast Angst, er sei... nicht zu erzählen, Wacca zu erzählen, über Yuna. Die Sache über Wacca ist, dass er noch nicht viel Liebe für den Albed. Wow! Ich muss zu erzählen, Wacca. Ich dachte, dass ich dir nicht zu erzählen, Wacca zu erzählen. Das Spiel! Oh! Noch 2-2. 30 Sekunden left! The Aurochs are launching an all-out offensive! A long pass from Leti! It goes through! Nice! Und? He shoots! Oh! Genreaktivo! The Aurochs win the match 3-2! We won! We did it! We're in the finals! Not the most graceful win. If it was Chappu, he'd still be standing. Hey, bist du nicht nur ein bisschen unvergültig? Entschuldigung? Ich weiß, dass ich niemals Chapus' Platz nehmen könnte. Du bist derjenige, der Waka das erzählt, richtig, Lulu? Und ich denke, Waka würde niemals versuchen, Chapus' Platz zu nehmen. Du willst nicht, diese Stimme zu Ende zu haben. Ja, das war auf jeden Fall mal ein guter Move von der Lulu, dass sie uns wieder hergebracht hat. So, sind wir im Finale. Wir vor allem. Durch die Wildcard, die wir da gewonnen haben. Ich bin sicher, dass du gut bist, Kapus. Die Spiel beginnt in ein paar Minuten. Du bist sicher, dass du okay bist? Wir spielen die Gores, auch. Miss mich? Ich bin sicher, dass du okay bist? Alles, weil ich mich. Ich bin sorry, ich bin so sorry. Haha. Wie kannst du ein paar Albed-Kidnappe dich verabschieden? Hey, lass es gehen, okay? Nicht nach Albed-Kidnappe mehr, okay? Die Trouble. Bitte, nicht nach jemandem über die Linie von Yuna. Ja, mach ich. Ach, schade, ich dachte, ich komme mal... Ach doch, zu wacker. Gibt hier drüben irgendwas rum? Nö. Ah, das Spiel beginnt schnell. Keine Zeit für Wärmungen. Bereit? Lass mich auf ihn. Okay. I got something to tell you, boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, and quitting Blitzball. But, you know, since we're here, we might as well win. Mind a bench. I'm warming a bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's Blitz! Huh! I saw you floating there, on the sphere. Oh. Hey, you weren't supposed to see that. Oh. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. Win! This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. Auf unsere Kindheitsträume. Kapi... Ah, toll. Könnte ich nicht zu Ende lesen, sorry. But who could have imagined? A championship game between these two teams. Our legendary Luca-goers going against the horrendously ill-fated Besaid-Orochs. This looks like history in the making, Baba. Okay. Tobe... It's so cool. You've we foremost Umm... Tobe... Would you... Tobe her? I've everghh... That's ok. Juliet... Tobe her? Tobe her? Tobe her? So... Tobe her? Harold vedite... Yesile? Tobe her? Walk to her? Tobe her? Tobe her? Untertitelung. BR 2018 They're already going at it, folks. The Goers are taunting the Aurochs. Okay, 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 okay. Jetzt geht's los hier. Was? Ach, normal erstmal. Pass, wird da einer übrig bleiben? Scheiße. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Oh, Moment. Verdammt. Ach ja, Verteidigung geht hier automatisch. Da passt der. Ist der doof, der ist alleine vom Tor. Die haben aber gute Werte. Guck mal, wie viel HP die haben. Ich habe jetzt nicht auf unseren geachtet. Ah, super. Nein, ach, ich wollte doch. Egal, was ich hier jetzt mache. Das bringt einfach alles nichts. Weil der mir gegenüber... Hey, kann ich das nicht abbrechen? Kann ich nicht. Ja, toll. Das klappt nicht. Ich wollte viel früher passen, aber ich muss wahrscheinlich ein bisschen Air drücken. Oh, oh. Tidus. Jawohl. Jawohl, wir haben Ball. Jetzt aber. Ach, kommt da immer einer, wenn ich X drücke? Ach, verdammt. Wir sind einfach sehr schlecht. Das muss man dazu sagen. Also die Mannschaft, die ich hier habe, kann im Prinzip nichts. Was wird denn das jetzt? Daneben, 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 daneben. Da kommt also immer ein Gegner an, der unten in dem Kreis ist. Kann das sein? Tidus wieder. Scheiße. Scheiße, der macht einen Torschuss. Wir könnten den unter Umständen halten. Nee, halten wir nicht. Oh, die haben wieder. Nee, doch nicht. Uh, wohin? Scheiße. Scheiße, jetzt kleben die drei am Arsch. Vier. Scheiße. Toll, jetzt haben sie den vergiftet. Das waren ein paar Säcke, ey. Die sind echt gut. Die haben halt immer in fast allen Belangen oben mehr Aktionspunkte als wir. Oh, oh. Scheiße. Ah, sehr gut. Gut gefangen. Fuck, der hat bloß Tor vier. Wir probieren es einfach mal. Ah, schade. Gibt ja immer noch so eine Variable. Halbzeit. Huh. Die sind echt gut. Ich weiß auch gar nicht, ob man die schlagen kann, aber ich gehe mal stark davon aus. Ach, guck mal, gibt es sogar EP. Genau, Level 6. Na toll. Niemand. Das kann ich denn... Ich bin. Bis zum Beispiel. Ach, guck mal. Das kann ich auf. Ach, guck mal. Ich bin, ich bin. Ich bin. Wir müssen zwei Tore schießen. Ability. Jeder Spieler über Level 3 kann eine Ability anlegen. Ja, das wird aber nichts, weil keiner von den Level 3 hat. Achso, Mann-Deckung. Ja, von mir aus. Keine Ahnung. Ah, Letty ist unsere. So, nice. Sehr gut. Fuck, da kommen zwei. So, und jetzt knall die Bude in das Dreieck rein. Scheiße, fuck. Ach, gerade so, aber der fängt ihn vielleicht nicht. Doch. Ah, super. Jetzt mal die ganze Sache hier ein bisschen auflockern. Fang den. Tilos, geh vor. Was macht er denn hier vorn? Hier hinten. Nein, wieder drei. Ah. Ach. Das ist echt, du kommst kaum an die vorbei. Der hat 329 HP, was ist los? Super. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist der da? Das ist der Weg, der sie zu schreien? Was ist der Weg? Was ist der Weg? Was ist das? Das ist, was? Was ist, was ist das? Das ist, was ist, was der Weg, wenn sie nicht? Everyone seems to be calling for WACA, folks! Hey, where is that player going? He's leaving the sphere pool. He may be injured. To be honest, I did kind of feel left out, but it really was the Oryx and WACA show after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild! Oh, it's WACA! He's back on the field and ready to go! The Orox seemed glad to have him back. Yeah, cool! It's now two minutes time. erstmal die Spitzen davon freimachen. Ab zum Wacker und dann aufs Tor. Bisschen nach oben noch und dann prügele ich dem das Ding ins Dreieck rein. Nein! Fuck! Hab gedacht die kommt nicht mehr ran. Giftschus oder nochmal? Okay, jetzt zeig mal was du kannst. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ja! Kann auch sein, dass das so gewollt ist, dass der immer reingeht vielleicht. Aber ich bin der Meinung, ich habe das auch schon verloren. Okay, 1-1. Jawohl, 3 auf ihn. Aktion Torschuss von dort. Genau. Ey, vergiss es. Och, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Okay, ich hätte nicht länger warten können, sonst wären die anderen gekommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! 10 Sekunden noch. Okay, hat sich erledigt. Och Gott! Gibt es jetzt hier 11 Meter Blitzen oder was? Scheiße, der Torwart ist besser geworden. Ja! Okay, geht in die Verlängerung. Achso, linke Stürmer, rechte Stürmer, noch jemand Besseren? Ne, ne? So, Mittelfeld. Ja. Und Torwart. Ich glaube, man kann später sogar noch andere... Achso, die sind automatisch schon jemandem zugewiesen. Gut. Man kann später noch andere Leute akquirieren für sein eigenes Team. Ich weiß, die Folge ist schon zu lang, aber ich wollte es nicht mittendrin einfach cutten. Deswegen ist sie halt länger. Haben wir Ball? Ne. Die Bösen. Die Adipösen. Drei Spieler. Aktion Pass. Wird knapp. Doch, müsste ankommen. Hat einen sehr guten Passwert. Warum gibt es Blitzball nicht als eigenständiges Spiel? Ah, wir haben... Ne, okay. War gerade ein bisschen irritiert durchs Reden. Ja! Abgefangen! So, jetzt pass mal auf. Ab zu Wacker. Und dann prügelt der das Ding ins Dreieck. Dürfte keiner kommen. Huch! Okay. Nein! Ah, er ist ja. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Nein! Da komme ich... Vergiss es. Da komme ich nicht vorbei. Ja, die kriegen den so oder so. Okay, der erste nicht. Ah, fuck. Schade. Die Zweite. Die bösen Wörter wollte ich eigentlich im Final Fantasy gar nicht benutzen. Komm schon. Haltet sie auf. Jawoll. Über der Frau hinterher. Ja. Zwei. Okay. Aktion Pass. Könnte sein, dass er gar nicht ankommt. Sehr gut. Ach, nö, 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 nö. Boah, drei gegen drei. Ich versuch's mal. Könnte sein, dass das nicht klappt. Zumindest, dass der nicht heil dort ankommt oder er nicht fängt. Ah, ist ein bisschen blöd. Er fängt nicht. Scheiße. Aufhalten. Aufhalten. Jawoll. Alle drei. Sehr gut. Komm schon. Halt den auf. Ja. Vorwärts, Jungs. Ach, verdammt. Oh nein. Ich will wieder zurück. Warum kann ich nicht nochmal... Und dann halt hier hin. Wenn der denn jetzt nicht abfängt, dann hat er bloß noch einen über. Glaube ich, oder? Ja. Ach, ich muss jetzt was machen. Geh mal kurz zu wacker. Spannend. Ich probier's jetzt einfach nochmal. Jetzt war mir klar, dass das wieder nicht reicht. Aber es gibt ja diese Variablen, die das eventuell... Wenn wir viel Glück haben zu unserem Gunsten. Alter. Aufhalten. Aufhalten. Vier Leute. Ne. Vergiss es. Kommst du nicht vorbei mit deinem Torschuss. Jawoll. Nein. Nicht verfolgen zwei. Ne, drei. Ne, zwei. Ne, doch drei. Geil. Geil. Komme ich wieder nicht vorbei. Keine Chance. und schon direkt aufhalten ja super schon das lehnt nichts mehr schade direkt die nächsten drei ja gott noch zehn sekunden das können wir eigentlich nicht packen sei denn ich krieg jetzt den ball und schießt dann direkt aufs tor schon aufhalten 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 schluss okay sorry 40 minuten die folge ich muss noch mal was trinken verlängerung naja bleibt alles so wie es ist und bleibt keine wahl warum überhaupt ein auswahlmenü ach warte mal scheiße jetzt komme ich nicht mehr zurück in die ability sonst hätten wir das mal machen können so kommt schon jetzt gibt es direkt was ins dreieck scheiße das plus vier tor pass mal auf vielleicht gehen die zwei von unten dann zu ihm dann kann ich zurück zu wacker vielleicht passen wacker dann direkt torschuss wenn ich jetzt einfach x hammer kann ich noch ein stück nach oben weil der eine die sich erst noch drehen muss auch gott sei dank und jetzt rakete der hat jetzt neun weil der level ab hatte das kann ja ewig dauern ich kann nicht noch mal von hier schießen das geht einfach nicht gut ich habe nicht damit gerechnet dass wir den ball jetzt bekommen scheiße das war es schon wieder ich habe nicht damit gerechnet dass wir den ball jetzt bekommen scheiße das war es den kriegt er nicht den kriegt er nicht oh doch er ist aber los ach hör doch auf jungs aufhalten ich kann nicht mehr fangen ach sehr gut Mist ah geil kann nicht mehr fangen so wer hat denn den jetzt ach die immer noch ok die immer noch ok so wer hat wer hat hier vorne einer ich probiere es jetzt einfach das wird nicht klappen ich müsste den part wahrscheinlich doch schneiden scheiße so wer hat denn jetzt aber abfangen können so kommt schon gegen drei ja juhu 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 scheiße die sind so nah beieinander ich probiere es noch mal ich jetzt einfach mal noch näher ans tor an falls es klappt 2 ich probiere es jetzt einfach mal gleich vorbei das spiel schlusspfiff der kann nicht noch zählen oder was man die werden immer besser wie eventuell auch gar nicht so schlecht aus probiere ich gerade nicht müssen wir später noch mal machen so weiter geht es ab in die dritte verlängerung ja wir müssen irgendwie wacker von frei kriegen damit er gegen den torwart ankommt der hat jetzt schon so eine durch das level so eine hohe abfang wurde ach so wir haben das war schön die räume frei machen wacker geht zum tor jetzt kriegt er den pass es reicht niemals ich passe nochmal zurück vielleicht wird wacker von noch ein bisschen freier was dein glück jawohl wacker nein bitte 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 ja wacker fang nein kann man nicht mehr fangen kann er nicht mehr fangen wacker kann nicht fangen ich werde ihn noch eine verlängerung ist mittlerweile auch schon fast egal hauptsache jemand gewinnt du selber schon erlebt bei spielen wo es unglaublich eng ist zum ende hin irgendwann ist es dir egal ob du gewinnst oder scheiße na toll du musst überhaupt nicht vorstoßen es klappt nicht irgendwann ist es egal ob du gewinnst oder verlierst hauptsache der spiel ist irgendwann vorbei ja das war klar oh oh jetzt könnte man mal pech haben er macht den pass oh 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 nice gut gerettet fuck kommen doch drei Das ist erbärmlich. Ja hier du kannst sowieso nichts. Ist auch egal. Kommt niemals da an. Oh Gott wie lange sollte das Spiel noch gehen? Der hat bloß einen Torschuss. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss passen. Das bringt nichts wenn ich mit ihm jetzt schieße. Pass mal zurück zu Letty. Da muss man zurück schwimmen. Das war immer noch nicht so gut. Die sind immer noch nicht so frei davon. Wacker. Wenn ich mit dem direkt versuche zu schießen, dann könnte sich bloß einer einen Weg stellen, wenn ich Glück habe. Okay. Jetzt zeig mal was du kannst. Du gehst dem das Ding ins Kreuz. Komm schon. Ja. Nice. Was das? Ach. Golden Goal oder was? Oh. Ich weiß es nicht. Wir haben es gepackt. Ich glaube ich habe das noch nie gewonnen. So. Ich mache jetzt hier Feierabend für heute. Reicht. War lang genug. Oh Gott. Schönen Dank fürs Zusehen. Wir haben es gepackt. Wir haben den Pokal. Wir haben den Sieg. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Bis dahin. Ciao.